Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Der Dude hier hat mich angeschrieben, hat gesagt, yo, wir haben ein Special 200 Folgen kreative Fragen, wir haben dazu ein schönes PC-System bei Dubaro zusammengestellt, was auch relativ günstig ist und so weiter. Ich habe mir die Liste angeguckt, weil das Angebot war bis dahin noch nicht da und das sah soweit erstmal vernünftig aus. Dann kam noch Discord dazu und da sagten sie dann, yo, hier, schau dir den mal an. Ist halt genau der gleiche. Haben sie sich für interessiert, haben das Video gesehen, haben das Angebot gesehen und sagten dann halt, yo, mach daraus mal ein Video. Mach ich jetzt auch. Und zwar geht es dabei bei Dubaro um den Kreativeckel-Jubiläums-PC für jetzt 1.899 Euro. Der war für 1.699 drin. Die Thematik dabei war, dass es wohl in Zusammenarbeit mit Big Quiet entstanden, deswegen war das auch streng limitiert, so auf 50 Stück, glaube ich. Ich hatte mit Daniel drüber gesprochen. Die haben sich da über die Einkaufspreise so ein bisschen geeinigt mit Big Quiet und dann dementsprechend das Angebot zur Verfügung gestellt, aber eben nur auf 50 Stück. Bedeutet, der ist jetzt wieder 200 Euro teurer. Das heißt, der Schnappball ist schon weg. Als das Video von Daniel kam vor zwei Tagen, sagte er, ey, hast Bock, das Video heute noch zu bringen, irgendwie zeitgleich, dann um 15 Uhr, dass die Leute sich noch eine zweite Meinung holen können oder so. Da hatte ich aber leider Spätschicht. Das heißt, das war zu spät. Ich konnte da jetzt nicht noch Video aufnehmen, schneiden, vorbereiten und so weiter, deswegen machen wir es jetzt. Jetzt ist er, wie gesagt, 200 Euro teurer. Wir gucken uns ihn aber trotzdem an, vor allen Dingen für die Leute, die sich das Ding vielleicht gekauft haben, noch eine zweite Meinung haben möchten. Starten wir also ganz normal rein. Wir haben hier das Bild. Das Bild ist einfach nur das Gehäusebild, was völlig in Ordnung ist. Der Prozessor ist ein Intel i5-13600KF. Der hat 14 Kerne, 6 Performance- und 8 Efficiency-Kerne, beziehungsweise 20 Threads, also 12 Performance-Threads und 8 Efficiency-Kerne. Die Efficiency-Kerne sind für diese grundlegenden Aufgaben da, für ein bisschen YouTube und so weiter, unterstützen, natürlich auch beim Spielen, klar. Aber sobald es dann an Zocken geht, schalten sich die Performance-Kerne richtig dazu. Dadurch wird der Stromverbrauch natürlich auch höher und die Abwärme. Aber ansonsten läuft er halt sehr effizient, so sagen es die Kerne ja auch. Hat eine TDP von 125 Watt, kann sich allerdings auch 181 Watt reinpfeifen, vielleicht sogar noch ein bisschen drüber, je nachdem wie die Performance-Kerne ausgelegt sind. Unterstützt offiziell DDR5 5600MHz oder DDR4 3200MHz. Das ist ein Top-Prozessor zum Zocken und zum Streamen und so, gar keine Frage. Natürlich könnte man auch den 12600er nehmen, aber hier sind wir wirklich auf der aktuellsten Generation. Der hat auch mehr Leistung als der 12600KF zum Beispiel, klar, ist aber auch teurer. Passt aber gut ins Budget, wunderbar, alles in Ordnung. Und der kostet 358 Euro beim Einfactory. Der CPU-Kühler ist eine Big Quiet Silent Loop 2 240mm. Da haben wir jetzt natürlich die Thematik Big Quiet. Hier sind viele Big Quiet-Produkte vertreten, die qualitativ aber auch alle in Ordnung sind. Wasserkühlungstechnisch 240er für den Prozessor völlig ausreichend. Passt auch gut zum Gehäuse, weil das eben auch eine 240er oben zulässt als obere Einbau. Und das ist soweit okay. Hat natürlich jetzt nicht so krasse RGB-Beleuchtung oder so, aber es macht seinen Job und alles in Ordnung. Und die kostet 120 Euro beim Einfactory. Das Mainboard ist ein Gigabyte Z96 Gaming X DDR4. Das Board habe ich selber, Z96-Chipsatz in Kombination mit dem K-Prozessor. Dann könnt ihr sogar noch übertakten, wenn ihr das möchtet. Hat gekühlte Spannungswandler, vier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier drunter können nochmal drei weitere SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein. Und hier unten könnt ihr noch eine Capture-Card oder WLAN-Card oder so reinbauen. Ein bisschen RGB-Beleuchtung haben wir auch noch mit dabei. Was die Anschlüsse angeht, haben wir TOS-Link, Mikrofoneingang, Kopfhörerausgang, beziehungsweise könnt ihr auch eure Boxen anschließen, wenn ihr das möchtet. Netzwerkanschluss, dreimal USB 3.0, zweimal USB 3.1, USB-Typ C ist auch dabei. Die Onboard-Grafik könnt ihr nicht benutzen. Wir haben einen KF-Prozessor. Das F bedeutet, der Prozessor hat keine integrierte Grafikeinheit. Ihr müsst das Bild über die Grafikkarte ziehen. Und viermal USB 2.0. Ist natürlich ein Einsteiger-Board im Bereich Z690. Die RGB-Software von Gigabyte ist sowieso Schmutz, aber ihr könnt damit es irgendwie ansteuern. Klar, einfarbig oder Regenbogenfarben. Die Software von MSI oder Asus zum Beispiel ist deutlich besser, aber das reicht bei diesem PC völlig aus. Und das kostet 209 Euro bei MineFactory. Als Grafikkarte bekommen wir eine 10 GB Zotec RTX 3080 Trinity LHR. Wie der Name schon sagt, wissen wir, was wir bekommen. Das ist eine Zotec-Grafikkarte. Hier habt ihr auch das Bild dazu. Also ihr wisst genau, wie sie aussehen wird. Ihr habt RGB-Beleuchtung mit dabei, drei Lüfter. Das heißt, sie wird auch einigermaßen ruhig laufen. 10 GB ist okay. Es gibt einige 3080 auf dem Markt, die haben 12 GB. Aber die ist völlig in Ordnung. Reicht zum Zocken aus, auch auf WQHD und so weiter. Mit ordentlichem FPS. Den FPS dazu findet ihr wie immer unten in der Videobeschreibung. Und die kostet aktuell 849,99 bei ComputerUniverse.net. Der Arbeitsspeicher sind 16 GB, 2x8 GB DDR4 Kingston 3600MHz Fury Beast. Wir haben Dual Channel. Wir haben 16 GB, 3600MHz CL17 RAM. Auch völlig in Ordnung. Keine RGB-Beleuchtung oder so. Wenn ihr das möchtet, könnt ihr das natürlich reinkonfigurieren. Das passt aber so weit. Wer streamen möchte, sollte vielleicht auf 32 GB gehen, könnt ihr im Konfigurator ja auch umstellen. Das ist aber an dem Preispunkt noch einigermaßen in Ordnung. Und der kostet 65,39 Euro bei MineFactory. Die Festplatte ist eine 1TB Kingston NV2. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100MB die Sekunde. 1TB, müsst ihr selber wissen, ob ihr damit klarkommt. Ansonsten konfiguriert euch auch mehr rein. In dem Preispunkt ist das aber noch völlig in Ordnung. Ist schon PCI Express 4.0. Ist jetzt nicht so sauschnell. Da gibt es deutlich schnellere im PCI Express 4.0. Aber zum Zocken reicht die ganz dicke. Wirklich. Es gibt sogar noch langsamere SSDs. Selbst die würden fürs Zocken ausreichen. Das ist soweit schon in Ordnung. Und die kostet 70 Euro bei MineFactory. Das Netzteil ist ein 750 Watt Bequiet Pure Power 11FM. Das hat 5 Jahre Garantie. Ist 80 plus Gold zertifiziert und vollmodular. 750 Watt reicht ganz dicke bei diesem System. Wie gesagt, es ist vollmodular. Die Kabel, die nicht benötigt werden, werden euch einfach noch mitgeliefert. Das heißt, wenn ihr später vielleicht noch irgendwie eine HDD mit einbauen wollt, könnt ihr euch das Kabel einfach anstecken und dann direkt an die Festplatte anklemmen. So fliegen sie dann nicht im Gehäuse rum. Ist qualitativ auch eine gute Nummer. Hätte ich jetzt auch nicht anders gemacht. Und das kostet 99,90 Euro bei MineFactory. Das Gehäuse ist ein Bequiet Pure Base 500 DX schwarz mit Glasfenster. Und da hatte ich mir auch so überlegt, warum nehmen die nicht das FX? Das FX hat in der Front dann noch drei RGB-Lüfter mit dabei. Ist ein bisschen schade. Aber Daniel sagte dazu, also Kreativwäcker meinte, die sind im Moment auch schlecht lieferbar. Die haben halt mit Bequiet geschaut, was können wir so reinbauen. Das FX ist halt einfach schlecht lieferbar. Dementsprechend nehmt ihr das DX, was auch okay ist. Hat vernünftigen Airflow, hat vorne einen Luffy drin, hinten auch. Also ihr habt da einen schönen Durchzug drin. Da habe ich auch schon oft drin gebaut. Ist völlig in Ordnung. Optisch gefällt es mir nicht, sage ich immer wieder. Muss mir aber nicht gefallen, sondern euch. Und von daher ist das okay. Die Wasserkühlung passt auch oben rein. Das ist schon in Ordnung. Und das kostet 105,90 Euro bei MeinFactory. Ansonsten kein Betriebssystem mit dabei. Könnt ihr euch dann bei meinem Partner kaufen, den Key und dann selber installieren mit dem USB-Stick, wenn ihr das möchtet. Oder eben bei Dubaro auswählen. Das ist aber relativ teuer. Deswegen würde ich es wirklich selber machen an eurer Stelle. Zwei Jahre Garantie, Retourenschein und Reklamationsfall. Das heißt für euch, ihr müsst das System bei der Post abgeben oder dem Postboten in die Hand drücken, wenn er gerade zufällig bei euch vor der Haustür steht. Das heißt nicht, dass der dann bei euch vorbeikommt, einen Termin ausmachen, das Ding abholt. Wenn irgendwas damit ist, kann manchmal ein bisschen nervig sein. Hoffen wir, dass einfach nichts passiert mit diesem System. Dann haben wir auch hier schon das Endergebnis. Hier haben wir die Kingston SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung und das Netzteil. Und da landen wir bei einem Gesamtpreis von 1.878,82 Euro. Das System soll kosten 1.899 Euro. Das sind 20 Euro über Selbstbau. Das ist preislich okay. Es ist natürlich schade, dass das Angebotssystem nicht mehr da ist, so in dem Sinne, weil da habt ihr 200 Euro dann effektiv gespart. Aber auch so, selbst wenn die 200 Euro jetzt wieder draufgerechnet sind, ist das okay. Wirklich. Könnt ihr so kaufen. Konfigurationstechnisch auch völlig in Ordnung. Ich würde, wie gesagt, wenn ihr streamen wollt, und das geht mit diesem System, auf 32 GB RAM gehen, Seite auf der sicheren Seite, geht mit 16 GB auch. Ich würde es einfach machen, weil ich habe festgestellt, bei mir 16 GB war dann schon irgendwann recht knapp. Ich bin auch auf 32 dann gegangen, weil ich stream ja auch. Und ansonsten ist das wirklich ein sehr, sehr gutes konfiguriertes System. 3600 Megahertz RAM, eine 1 TB Festplatte, gut, das müsst ihr selber wissen. Bei fast 2000 Euro, da würde ich vielleicht sogar noch auf 2 TB gehen. Also normalerweise, jetzt war es hier nicht mehr drin preislich gesehen. Aber ist wirklich okay. Ist wirklich okay. Ihr seid in der aktuellen Intel-Generation, 13.000er-Serie, die jetzt gerade frisch rausgekommen ist. Klar, die Grafikkarte ist nur eine 3080, aber ihr kriegt die 40er aktuell sowieso nicht. Von daher ist das auch peng. Und wenn ihr sie kriegt, müsst ihr allein schon mehr bezahlen als hier für das ganze System. Die liegen aktuell, also die 4090 liegt, glaube ich, aktuell bei 2,4 bis 2,6 so. Je nachdem, welches Custom-Design ihr nehmt. Also das ist wirklich in Ordnung. Er sagte halt, ja, schau dir das doch mal an. Und dann kam noch Discord dabei, die sagten, ja, schau dir das auch mal an. Dann habe ich mir gedacht, ja, komm, jetzt gucke ich es mir an. Und war wirklich gut. Also keine Frage. Kann man machen. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da. Ihr seht ja gleich das Video. Ich werde das irgendwo um 15, 16 Uhr live nehmen und werde dann abends auch nochmal live auf Twitch sein. Also wenn ihr Bock habt, kommt ruhig mal vorbei. Da könnt ihr auch eure Fragen noch stellen, falls ihr noch Fragen habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis dahin. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.